Die Welt versinkt im Corona-Wahn. Die ganze Welt? Nein! Captain Future und die Freedom Parade durchschauen den Schwindel und leisten Widerstand. Wir haben es heute geschafft, mehrere Frauen und Männer zu überzeugen, sich nicht impfen zu lassen. Es gibt keine Evidenz für die ganze Scheiße. Es gibt keine Evidenz für die ganze Scheiße. Es gibt keine Evidenz für die ganze Scheiße. Es gibt keine Evidenz. Sie sind fröhlich, frech, provozierend, aber immer friedlich. Hallo erstmal. Wenn ich nicht gerade Captain Future bin, heiße ich Michael. Ich bin 44 Jahre alt, von Beruf Programmierer, interessiere mich für Musik und bin eigentlich eher der schüchterne, zurückhaltende Typ. Für jeden, der sich hier heute nicht impfen lässt, gibt es heute eine Zimtschnecke gratis. Widerstand! Widerstand! Spahn erhöre uns. Söder erhöre uns. Rosten erhöre uns. Ja, wir sind hier im Wald. Das ist das Problem, dass keiner begreift, dass wir mitten im Wald sind. Das tut mir leid. Singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Saas muss sein. Das euer allergrößte Verdienst ist einfach der, ist, dass ihr so viel Hoffnung gebt. Und nicht nur Hoffnung, also es gibt ganz viele, die sich engagieren, aber ihr macht das mit so viel Vergnügen. Ich zehre davon sehr. Vielen Dank. Es gibt keine Evidenz für die ganze Scheiße. Es gibt keine Evidenz.